Am 20. November ist der internationale Tag der Kinderrechte. In der Stadt Bern engagieren wir uns stark, diese Rechte auch umfassend umzusetzen. Mir scheint es, dass gerade der diesjährige 20. November ein spezieller Tag ist. Die Corona-Pandemie, die Klimakrise und der schreckliche Krieg in der Ukraine machen den Kindern Angst. In den letzten Monaten sind viele Kinder und Jugendliche zu uns nach Bern gekommen, die den Krieg selber erlebt haben und auf der Flucht waren. Es ist klar, dass wir uns um ihre Grundbedürfnisse und ihren Schutz kümmern. Aber Kinder haben auch ein Recht auf Freizeit, Ruhe und Spiel. Darum sollen auch die geflüchteten Kinder und Jugendlichen Zugang zu unseren Angeboten und zu Gleichaltrigen aus Bern haben. Wir hoffen, ihnen so ein Stück normalen Alltag weit weg von ihrer Heimat zu vermitteln. Wir achten sehr darauf, dass wir geflüchtete Kinder in bestehende Angebote integrieren, sie teilhaben lassen. Das bringt mit sich, dass die Kinder sehr, sehr schnell andere Kinder treffen, sich austauschen und Freundschaften schliessen und vor allem spielen, spielen, spielen können. Das ist in dieser Phase etwas vom Allerwichtigsten und wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Was wir ebenfalls gemacht haben, ist, dass wir den Kinder- und Familienstadtplan der Stadt Bern in 15 Sprachen übersetzt haben. So erreichen wir die Eltern und Bezugspersonen, die neu sind in der Stadt und die sich dann orientieren können auf dem Stadtplan und auch den Weg zu den Angeboten für die Kinder problemlos finden können. In einer neuartigen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bern und der reformierten Kirche haben wir für die Siedlung Viererfeld eine neue Stelle geschaffen, eine 70%-Stelle in sozialer Animation. Mit dieser Stelle möchten wir für Kinder Angebote und Räume schaffen, in denen sie in einem sicheren und geborgenen Rahmen spielen können und sich nach oft traumatischen Erlebnissen erholen und wieder entfalten können. Zudem möchten wir eine Brücke schaffen zwischen den Menschen in den umliegenden Quartieren und der Siedlung Viererfeld, sodass da und dort, wo es stimmig ist, ein gemeinsames Miteinander entstehen kann. Ich danke unseren Kooperationspartnern herzlich für die gute Zusammenarbeit. Zusammen können wir auch den geflüchteten Kindern und Jugendlichen in der Stadt Bern Freizeitangebote und Spielmöglichkeiten bieten. Und zusammen wollen wir am 20. November ein starkes Zeichen setzen für eine friedliche und gerechte Welt, in der alle Kinder eine sichere und gute Zukunft haben.